Shoo, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? He he. He. Mist. He 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 he. He he he. He he he. Das da. Oh. Also alleine schaffe ich das definitiv nicht. Mein Kopf raucht jetzt schon. Ja gut. Aber du kannst mal hier kurz. Ach du nimm's auf. Ja. Ja. Hier schenke ich dir. Habe ich grad gekriegt. Wie viel ist das für 8? 4? Das ist 4. Oh wow. Ähm. Ich muss ganz runter. So. Das und das weg. Hammer der Hammer der Hammer Hammer Hammer. He. Ist das ganz gut? Das beantworte ich nicht. Ähm. Irgendwie irgendwo. Irgendwann. Ich glaube das war das hier. Ja. Das war's. Sehr nice. Das da. Das brauche ich alles. Und das da. Äh. At Tech Reborn. Das da. Das Hammer. Und. Das Hammer. Das. Ja. Ich habe Nickel gekriegt. Vier Stück. Hier. Ich habe Schneebälle bekommen. Die jetzt in die Essenz. Kiste machen können. Oben. Jetzt. Hast du doch einiges was dabei. Jetzt. Darf ich das Buch nicht dabei. Das war zu weit. Ja. Ja. Der. Void. Boah. Meiner ist 7x5x7. Auf jeden Fall. 1,2,3,4,5. Oh Gott. Dann müsste das so richtig sein. So. Äh. Und. So. Es geht wieder vorwärts. So. Der steht. Das. 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 Bleibt. Ähm. Dann. Überanstreng dich nicht mit den Quests. Ich brauche Platz. Ich muss die sowieso alle erst finden, weil ich den ganzen Namen schon wieder vergessen habe. Ich habe ja einiges vorbereitet. Fünf. 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 Drei. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Scheiße. Funktioniert nicht. Ah, jetzt. Und der Tier 1, äh, äh, Ressource Miner war... 7x7 auf 4 1, 2, 3, 4 Warum? Kommt da jetzt nicht so ein... Achso, warte mal, Kiste. Liegt das echt an der Kiste, dass da kein Strahl kommt? So... Assemble... Ah, ok. Jetzt. Hilfe, Maria, Gott. Und ich brauche Wasser da unten. Ähm... Machen wir das hier hinten ran. Ja, schön. Ich will aufnehmen und da draußen wird mit den Autotieren geknallt. Äh... Als ob die nichts anderes zu tun haben. Haben sie das wahrscheinlich auch nicht. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, perfekt. Ähm... Ne. Wenn ich schon mit einem anfange, bringt er mich um da rum. Also... Okay. Ich brauche erstmal schön unten. Ich brauche die später. Ne. Das hört sich so verzweifelt an. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 So. Das kommt da rein. So, das kommt da rein. Ja, auf Bedrockhöl erarbeite ich noch ein bisschen Gold. Das ist nice. Ah hier unten ist das Endstone Bean Hive. Das könntest du ja mal abbauen und ja da die Drohne raus holen. So sieben mal sieben. Ich habe wenigstens noch eine funktionierende Tastatur. So wie du drauf rum hämmert bald nicht mehr. Ich brauch 16 Stahl. Ach du Scheiße. Also ich denke mal 32 Wasserräder reichen da unten aus. Ich lasse mich überraschen. Das, 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 das. Jetzt hat er vier, fünf, sieben. Acht, so acht Tafeln. Autsch. Oh Gott. Meine müden Knochen. Ach im Übrigen in dem XP Tag sind über 60 Level schon drin. Kann man das sehen? Nö, ich habe versucht heute mal alle raus zu machen und bei 58 habe ich aufgehört, weil das Ding ewig nicht leerer wurde und das ewig gebraucht hat, dass sich da überhaupt mal was bewegt hat. Bei mir unten. Bei mir unten. Hier oben war der Sand, genau. Eins, zwei, drei, vier Stacks. Das, das, und das, und das. Die Mitte wäre das hier. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, wenn das die Mitte ist, dann setzen wir die so hin. So und so. Oh Gott. Dann, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier und auf den fünften kommt es dann drauf. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. So. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ähm, wo soll ich dir Nähterwarzen hin tun? Äh, Essenskisse. Daraus kann ich Essen machen. Haben wir nämlich, glaube ich, gar nicht bisher. Doch. Ich habe sogar, ich habe sogar, ich habe sogar schon über den Stack verarbeitet und Essen draus gemacht. Ja gut. Aber wo hast du es bitte angebaut? Nirgendwo. Die hatte ich auch so einen Nähter. Ja. Und dann dachtest du nie da an, vielleicht brauchen wir den nochmal, dann bauen wir sie vielleicht mal an. Das sehe ich so aus. Du bist doch der Erste, der dann wiederum schreit, wir haben noch keinen Nähterwarzen. Aber irgendwo müssten sogar noch welche sein. Mein Alter hab ich nicht mal ballert. Und vielleicht sogar noch in der Pflanzenkiste. Ah, so. Oh. 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 Wenn man sich natürlich eine Quest nicht zu Ende anschaut, wundert man sich auch. Und nicht darüber, dass ihr abgeschlossen zu sein scheint. Torte. Ähm, jetzt das Wasser. Ähm. Ähm. Das war heute noch in der Patch. 1, 2, nee. Das könnte zu laut sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Wofür brauchst du diese Glasmasse bitte? Dann für hier unten. Der Cobblestone hier unten wird dann durch Glas ersetzt. Also so viel ist das nicht. Das sind nur drei Stacks Sand und dieses Glas kannst du auch trotzdem für jede Quest weiterverwerten. Ja klar, aber es blockiert für Jahrzehnte die Schmelze. Nöööö, das ist ein bisschen übertrieben. Die nächsten 20 Aufnahmen. Du machst heute keine 20 Aufnahmen wie die Kenner. Nee. Das würde mehr ein Eierbender sein. So, da wollen wir mal lunzen. Eins. Zwei. Drei. Drehen tun sie sich ordentlich. Strom wird produziert. Ich bin grad überfragt. Funktioniert das Firebird auch? Musst du testen. Wo soll ich das sehen? Wo soll ich es testen? Was willst du daraus machen? Latex abwarten. Ich wollte wissen ob es hier rein geht. Abwarten. Gucken ob das dann... Da so... Weiß schon. Abwarten und gucken ob das dann alles läuft. Da oben mit ne Spinner rum. Autsch. 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 Ja genau so. Jo. Das war ein Satz mit nix. Ei da. Eins. Zwei. Drei. Ne. Oooooh. Uuups. Scheiße. Ne. Ok wir haben schonmal einen Block Sand, ich hoffe das braucht man irgendwann nochmal. Aber beim Erzminer kommt noch nix an in der Kiste. Scheiße. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich dachte der wollte Molten Enderium, der wollte aber einfach nur Molten Ender. Na toll, alles hast du kaputt gemacht. Ist halt wirklich so, ich kann jetzt mein scheiß Rezept nicht bauen. Wegen den Kack Ressourcen gehts weiter. Ich habe kein Ender-Perlen mehr. Was, wir hatten über 20 Stück? Ja eben, was glaubst du warum? Ich brauche ja für einen so einen Ingot, vier Ender-Perlen. Tarko Tarko Tarko. Wow. Ich habe meine gute Arm. Ja, hier unten die Stromproduktion läuft. Reicht das? Für die Miner? Ja. Aber ich habe jetzt auch bloß 1, 2, 3, 4 Dynamos angebaut mit jeweils drei Wasserrädern dran. Ich komme einfach mal runter. Und ich habe ja noch was im Gepäck. So ist es nicht. Ja gut, reichen würde ich das nicht nennen. Reichen ist für mich, wenn es voll ist, aber es funktioniert. Da guckt, als ob oben das Ding voll wäre bei uns. Ja, deswegen sage ich auch, dass oben nicht reicht. Ehe eine Maschine anhauen und da unten ist wieder alles im Popöchen. Hier, da kannst du jetzt dein Bienen-Hive hier abbauen. Ich habe das Zeug nicht dafür mit. Dann baust du es mit der Hand? Ach ne, da kommt ja nichts raus. Und außerdem von denen habe ich doch schon genug. Äh, das ist ein Oblivion-Hive. Also, Dingsbums. Endstone. Ach so, weil du was? Ja, wir haben schon Endstone. Nicht abbauen. Sehe ich so aus? Ne, wegen diesem Punktchen dachte ich, das sind diese Abbaupartikel. Guck, die sehen so ähnlich aus. Ja. Erst du auf. Eben nicht vorhanden. Ich habe noch 20 Wasserräder, die werde ich unten dann später verbauen. Kannst du mir kurz mal helfen? Ja, Moment. Und... Rockstar dancer till I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance. Nobody never... No. No. No.